Ihr tretet den da drüben mächtig in den Arsch, was? Bisher tut mir uns der Arsch weh. Und die Wichser aus den Flugzeugen ficken jetzt 100 Jungfrauen. Meine Frau und meine kleine Tochter starben am 12. September. Zwei von dreieinhalbtausend Mann. Tut mir echt leid. Nein, ich meine, um 12. September, einen Tag danach. Bei einem Verkehrsunfall. Einmal diesem Wichser bin Laden gegenüberstehen. Der Fahrer war betrunken. Der soll mir die Scheiße mal erklären. War nur bedingt schuldfähig. Aber vielleicht sollte jeder Einzelne einfach da rübergehen und zwei von den Mistkerlen in ihren Lehmhütten erschießen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017